Das ist letzten Endes das, was uns natürlich auch am meisten Spaß macht, weil wir damit, wie Robin Hood, das Wissen von den groß nehmen und es denjenigen zukommen lassen, die es sich sonst eigentlich gar nicht leisten können. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ja, es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass die Leute gar nicht so ganz konkret wissen, was du machst. Und was du aktuell machst, wie die Dinge sich entwickelt haben, was dein Leistungsportfolio mittlerweile abdeckt, aber was auch nicht. Und da ich in letzter Zeit diese Frage, natürlich, weil wir auch viele Veränderungen haben, häufig gestellt bekommen habe, dachte ich mir ganz ehrlich, warum nicht einfach unser wichtigsten Kanal einfach nutzen, um hier über ein paar Dinge aufzuklären und einfach auch nochmal so ein bisschen den Fokus zu schärfen. Was sind die Dinge, die wir dann auch außerhalb des Podcasts machen? Und am Ende des Tages relativ simpel. Wir helfen Selbstständigen dabei, Unternehmer zu werden. Und vielleicht da einfach nochmal ganz kurz die Unterscheidung. Aus meiner persönlichen Sicht gibt es genau vier Stufen, die ein Unternehmer hat. Das erste ist die Gründung, wo es darum geht, ein Geschäftsmodell zu validieren, zu finden und so viel Geld damit zu erwirtschaften, dass man sich selbst und seine Familie damit ernähren kann. Diesen Punkt decken wir komplett nicht ab. Das heißt, den Gründungsprozess und alle Fallstricke, die damit zu zählen, das heißt Anmeldungen beim Gewerbeamt, Finanzamt etc. Alles nicht unser Thema. Da gibt es Leute, die machen das extrem gut, auf die verweisen wir dann auch gerne, aber das ist nicht unser Thema. Dann gibt es den großen Bereich der Selbstständigen. Das heißt, das sind all die Personen, die selbst noch in der Leistungserbringung tätig sind und die vielleicht komplett alleine sind oder ein kleines Team haben. Teilweise auch große Teams. Also wir haben auch Selbstständige, die teilweise bis zu 50 Mitarbeiter haben, aber sie sind am Ende des Tages immer noch selbstständig und kein Unternehmer, weil sie in den Kernprozessen selber noch gebraucht werden. Und auch da gibt es unterschiedliche Größen. Einer der größten Selbstständigen, den wir betreuen, der macht mit seinem kleinen Team knapp 10 Millionen Jahresumsatz. Aber es gibt natürlich auch entsprechend Leute, die in der Regel so bei 100.000 und ein bisschen aufwärts liegen, wenn sie als One-Man-Show aktiv sind. Erfahrungsgemäß ist das aber auch so der Grundumsatz, den man braucht, denn nachsteuern, abzügen und natürlich ein paar Kosten bleibt ja sonst nicht viel übrig. Also insofern ist das eigentlich so immer die Schwelle, wo die meisten Selbstständigen sich bewegen. So, dann gibt es die entsprechenden Unternehmer, die ein schlüsselfertiges Unternehmen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Fabrik. Das heißt, du weißt ganz genau, eine Fabrik läuft, ja, da wird was auch immer hergestellt, produziert und du hast ja selber in den Kernprozessen nichts mehr zu tun. Und das ist letzten Endes dann auch der Übergang zur letzten Stufe, dem Investor. Das heißt, wenn dein Unternehmen so gut aufgebaut und strukturiert ist, wird irgendwann jemand kommen, der sagt, hey, ich habe ein unmoralisches Angebot für dich, darf ich dein Unternehmen kaufen? Und wenn das alles sauber vorbereitet ist, dann bist du auch in der Lage dazu und mit dem freigewordenen Kapital hast du dann natürlich die Chance, wieder neue Dinge zu starten. So, und für den Bereich der Selbstständigen und der Unternehmer, die ihr Unternehmen darauf vorbereiten, es verkaufsfähig zu machen, das ist unser Zielkorridor. Und da haben wir auch einen sehr, sehr großen Bereich letzten Endes, den wir abdecken, weil es bei uns am Ende des Tages darum geht, dass du deine Prozesse und Abläufe so strukturierst, dass du selbst nicht darin gebraucht wirst. Mein Lieblingsmetapher ist dafür immer, stell dir vor, dass dein Unternehmen wie ein Auto ist, wie ein Fahrzeug. Davon machen wir ein Explosionszeichen, das heißt, wir ziehen es einmal komplett auseinander und dann gucken wir, wo bist du momentan als Selbstständiger, als Schmierstoff, als Öl überall entsprechend noch mit tätig. Ja, das heißt, wo braucht man dich überhaupt? Diese Prozesse identifizieren wir, dann ziehen wir dich da quasi magisch heraus und gucken, welche Maschinen, Softwarelösung oder entsprechenden Prozesse und Strukturen es braucht und aber auch welcher Personen, um dich darin zu ersetzen. So, und das ist letzten Endes das, was wir im Unternehmerkader machen, das heißt, dort geben wir dir genau diese Strukturen und Werkzeuge in die Hand, dass ihr in einer Gruppe genau an diesen Themen entsprechend arbeiten könnt. Und das ist letzten Endes das, was uns natürlich auch am meisten Spaß macht, weil wir damit, wie Robin Hood, das Wissen von den Großnehmen und es denjenigen zukommen lassen, die es sich sonst eigentlich gar nicht leisten können. Denn das, was dort gemacht wird, ist tatsächlich klassische Strategieberatung. Und nur damit du einen Eindruck hast, normaler Strategieberater geht ab 2500 Euro Tagessatz los. Der bleibt aber nicht nur einen Tag. So, das heißt, das Budget von 20, 30, teilweise 100.000 Euro pro Jahr, das haben halt die wenigsten und gerade keine One-Man-Show. Und genau das ist aber das Klientel, was für uns interessant ist, das heißt, alle Leute, die zwischen 0 bis 50 Mitarbeiter haben, die selbst in der Leistungserbringung aktiv sind, die sind bei uns genau richtig, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren wollen und gleichzeitig ihre Gewinne steigern. Weil das ist letzten Endes genau das Hauptthema, wenn wir es schaffen, dich als in Anführungsstrichen schwächtes Glied in der Kette herauszulösen und einfach dafür sorgen, dass das Unternehmen auch ohne dein Zutun weiter wachsen kann, dann hast du auch wirklich die Sicherheit und die Freiheit, andere Dinge zu machen. Und jetzt natürlich die Frage, ja, wie sieht das aus? Also, ich kenne jetzt deinen Podcast, habe dich irgendwie schon mal bei Social Media gesehen, aber was kann ich jetzt eigentlich konkret bei dir kaufen? Relativ simpel, so viele Sachen haben wir da gar nicht zu auswahlen. Also, das Erste ist natürlich das Buch, Dein perfekter Unternehmertag, was letzten Endes für uns so eine Grundvoraussetzung auch einfach ist. Ja, Erste ist, Dein perfekter Unternehmertag zu definieren, weil das musst du dort letzten Endes auch machen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Werkzeuge kennenzulernen und einfach dort durchzuarbeiten, aber auch natürlich zu verstehen, was so mein Ansatz, mein Gedanke ist, den ich mit Unternehmen verfolge. Dann ist für die meisten das ganze Thema Online-Kurse ganz spannend, wo wir verschiedene Sachen beleuchten, 20% mehr Umsatz in drei Monaten, wie man Dinge richtig delegiert oder auch entsprechend unser Bootcamp, was für uns auch quasi immer der Startschuss ist für jeden Unternehmer, Kader, Teilnehmer, um da letzten Endes alle auf derselben Geschwindigkeit zu haben. Da gibt es natürlich genügend Leute, die sagen, ey, das habe ich jetzt alles gemacht, aber das reicht mir nicht, ich will jetzt noch mehr. Wie kann ich noch schneller meinen perfekten Unternehmertag Realität werden lassen? Und das sind die Leute, die letzten Endes bei uns im Unternehmerkader landen. Das ist unsere Betreuung, wo wir letzten Endes sicherstellen, dass du dich schrittweise aus den Kernprozessen herausziehen kannst. Und da hat jeder unterschiedliche Herausforderungen und auch Voraussetzungen, mit denen er zu uns entsprechend kommt. Das, was am meisten Spaß macht, ist, dass es völlig egal ist, in welcher Branche du bist, dass es völlig egal ist, ob du in der Leistungs-, in der Dienstleistung arbeitest oder in der Produktion, welchen Unternehmenszweck du hast. Wir haben einen Bauernhof, einen Schamanen, Immobilienmakler, Leute aus der Verwaltung, Steuerberater, wir haben alles schon gesehen und gehabt. Ich alleine habe ja früh über 1000 Beratungen selbst durchgeführt und auch mit Bestattern oder Leuten, die Leichenpräparationen machen. Also ich würde behaupten, ich habe alles schon mal kennengelernt. Und im Unternehmerkader haben wir die Strukturen zusammengefasst, die wirklich allen gleichmäßig gut helfen können. Und das zeigen auch die Ergebnisse, die allermeisten Teilnehmer schaffen, es binnen von drei bis sechs Monaten die eigentlich jahresgesetzten Ziele zu erreichen. Das heißt, ihre Arbeitszeit deutlich zu reduzieren und gleichzeitig die Gewinne zu steigern. Und im Unternehmerkader, da liegt jeder natürlich auch ein Stück weit sein eigenes Tempo fest und hat damit natürlich auch entsprechend die Chance zu sagen, hey, jetzt bin ich selbst raus aus der Nummer, jetzt möchte ich mein Unternehmen nochmal abschließend so gestalten, dass es auch wirklich verkaufsfähig ist. Ja, das heißt, wenn ein Investor kommt, dann guckt er natürlich nochmal ganz, ganz anders auf das Thema heraus. Weil im Unternehmerkader haben wir das Ziel, dass der Selbstständige wirklich zum Unternehmer wird und damit die Chance hat, weiter in seinem Unternehmen arbeiten zu können, aber nicht zu müssen. Das heißt, wir streichen das Thema, ich muss zur Arbeit gehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sein Unternehmen damit auch vollständig verkaufsfähig ist. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wer sagt, hey, das ist für mich aber genau der Wunsch, den ich verfolge, dass genau das Thema, wo ich hin will, für die haben wir letzten Endes dann auch unsere VIP-Betreuung. Die startet mit einem klassischen Strategiekonzept, wo wir genau die Wünsche nochmal entsprechend abgreifen und daraufhin wirklich genau diese Explosionszeichnung, von der ich sprach, machen. Das ist eine sehr, sehr tiefgehende und umfangreiche Analyse, wo wir uns wirklich jede einzelne Ecke des Unternehmens angucken. Das geht teilweise so weit, dass wir Mitarbeiterbefragungen durchführen, und daraufhin wirklich auch einen Masterplan schmieden zu können mit einer entsprechenden Zeit und auch entsprechenden Maßnahmen, was es braucht, um das Unternehmen entsprechend auch verkaufsfähig aufbereiten zu können. Und dann entscheiden wir, welche Partner oder Teile wir entsprechend daraus umsetzen und wo wir den Kunden betreuen. Wie gesagt, unser Kernthema sind Prozesse und Strukturen. Und auch dafür haben wir einen entsprechenden Trainingsplan, ein entsprechendes Konzept geschaffen, mit dem die Leute sehr, sehr schnell durch diesen Bereich hindurch begleiten. So, jetzt natürlich die Frage, okay, passt das zu dir? Ist das ein Thema für dich? Dann hast du natürlich immer die Chance, auch einfach mal bei uns anzuklopfen und nachzufragen und einfach uns deine unternehmerische Herausforderung zu teilen. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, dass du letzten Endes dort auch mit uns Kontakt treten kannst, ob es jetzt über die Homepage ist, über E-Mail, Newsletter, whatever. Du kannst immer an uns herantreten, weil wir haben ein Ziel. Wir wollen eine Million Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Und es muss nicht jeder gleich Kunde werden, aber allein, dass du die Chance hast und weißt, hey, da ist jemand, der für dich das beste Wissen, was den Großen bisher nur zugänglich ist, bereithält, das ist doch schon mal sehr viel wert. Und unser Zielmarkt sind alle kleinen und mittelständischen Unternehmen. So, wir haben vor allem den deutschsprachigen Markt natürlich fokussiert, weil ich das einfacher finde, erstmal vor der Haustür einen großen Hebel zu drehen und das sind insgesamt in Deutschland 3,52 Millionen Unternehmen. Dabei haben wir eine Sache festgestellt und zwar, dass grundsätzlich jeder Dritte geeignet ist. Also knapp 30 Prozent der Unternehmer sehen für sich selbst auch genau das Thema, dass sie sagen, hey, ich möchte was Größeres erreichen, ich möchte mehr schaffen und ich möchte, dass das Unternehmen, was ich aufgebaut habe, mich selbst auch überdauern kann. Und das sind die Personen, die bei uns genau richtig sind, die häufig dann natürlich in die Herausforderung reinrutschen, dass sie es besonders gut machen wollen, dass sie es besonders schön machen wollen und dadurch einfach viel zu viel Arbeitszeit selber investieren. Und wie gesagt, die anderen zwei Drittel, für die ist das halt meistens auch okay und für diese Person haben wir auch festgestellt, ist es meistens auch okay, dass wenn sie selbst nicht mehr aktiv im Unternehmen sein können, dass das Unternehmen danach halt auch weg ist. Und ich persönlich, wie gesagt, habe da einen sehr anderen Ansatz. Ich finde, mein Unternehmen sollte man schnellstmöglichst aufbauen, dass es ohne einen funktioniert, weil man dadurch auch einfach mehr Menschen helfen kann. Man hilft Kunden, man hilft Menschen, neue Aufgaben, neue Passionen zu finden in Form von Mitarbeitern und man hilft natürlich auch Partnern, dass sie insgesamt vielleicht alle was Größeres erreichen können. Und ich finde es ehrlicherweise, aber das ist nur meine persönliche Perspektive, ein bisschen schade, wenn man sich nicht auch zusätzlich die Mühe macht, neben dem Tagesgeschäft das Unternehmen so zu strukturieren, dass es auch ohne einen funktioniert. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Sicht der Dinge. Und dieser Punkt ist mir immer sehr wichtig, deswegen will ich es noch einmal verdeutlichen. Wie groß ist eigentlich deine Vision? Wie groß ist dein Wunsch, mit deinem Unternehmen auch generationenübergreifend Kunden glücklich zu machen? Wie sehr willst du sehen, dass das, was du aufgebaut oder weiterentwickelt hast, auch nach deiner aktiven Phase noch Bestand hat? Und genau darum geht es für uns. Wir wollen, dass du als Leistungserbringer nicht mehr das schwächste Glied in der Kette bist, sondern wir wollen dafür sorgen, dass alles auch weiter funktioniert, selbst wenn du fährst. Damit du dich vielleicht auch anderen Dingen zuwenden kannst oder einfach auch andere Themen vorantreiben. Und genau dafür ist am Ende des Tages der Unternehmerkader der Startschuss. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, von den vier Stufen, die ich dir genannt habe, das heißt Gründer, Selbstständige, Unternehmer und auch entsprechende Investoren, haben wir letzten Endes nur zwei, die wir bedienen, und zwar die Selbstständigen und die Unternehmer, die Gründer und die Investoren. Da haben wir Kontakte, da haben wir Partner, die dort entsprechend natürlich auch aktiv werden. Aber das muss man sagen, ist nicht unser Punkt der Leistungserbringung. Das sind einfach andere Themen, andere Strukturen, andere Fragestellungen. Das allein ist so tief, dass man aus meiner Sicht das auch nicht trendscharf machen könnte. Deswegen haben wir halt den Ansatz, dass wir sagen, hey, wir gehen ganz tief in den Bereich rein, wo wir auch wirklich gut drin sind, aber machen das möglichst vielen Menschen zugänglich. Was ich persönlich spannend finde, dass jeder, der bei uns aufschlägt, sein Tempo selbst festlegen kann. Wir haben mehr als 100.000 Unternehmer, die jeden Monat diesen Podcast hier hören. Wir haben bei Social Media tausende von Followern und in der E-Mail-Liste entsprechend so viele Menschen, die mit uns in Kontakt sind und im Austausch. Und jeder kann entsprechend selber festlegen. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich habe dich einmal gehört und zack und rufen an und tauschen sich aus, haben Fragestellungen und relativ schnell steht fest, hey, die wollen gleich die VIP-Betreuung haben. Dann gibt es andere, die sagen, hey, ich höre mir erstmal lange den Podcast an. Manche gehen aufs Buch, manche nehmen die Kurse, manche gehen in den Unternehmerkader. Jeder legt dort seinen Weg und seine Geschwindigkeit selbst fest. Was am Ende des Tages alle eint, alle wollen den perfekten Unternehmertag erreichen, alle wollen ihre Idealversion, ihr eigenes Glück im Unternehmertum finden. Und das ist etwas, was uns einfach wahnsinnig viel Spaß macht, das zu beschleunigen. Und wenn du sagst, hey, das ist interessant für dich, dann geh einfach auf reikahne.de, lass uns da in Austausch treten, schau dir unsere E-Mail-Sequenz an, unsere Erstsequenz, wo wir letztendlich dafür sorgen, dass du von den 0 auf 10% innerhalb von 7 Tagen kommst. Schau dir das Unternehmer-Quiz an auf reikahne.de und prüf einfach, was für dich momentan stimmig ist und vor allem, welches Tempo du gehen willst. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, definiere deinen perfekten Tag. Zweitens, nutze die Werkzeuge, die schon funktionieren. Und drittens, prüfe, ob du zu den 30% gehörst. Hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Ich bin hier, um mich gleichета. Bis jetzt in Berlin. Heu mal wie zum Beispiel vor. Vielen Dank.